Herzlich willkommen zu einem neuen Chirurgie-Appetizer. Was lange wert wird, endlich gubt. Das lang erwartete Video zur Nebennierenchirurgie. Nebenniere habe ich aufteilen müssen, weil das so komplex ist und so viel ist, in zwei Appetizer-Episoden. Und wir fangen gleich an mit dem, was für den Chirurgen natürlich am wichtigsten ist, die Nebennierenchirurgie, also die operativen Aspekte. Und dann zeige ich Ihnen in einem zweiten Video allerdings auch noch ein bisschen was über die Nebennierentumoren im Einzelnen. Sie lernen hier etwas über die chirurgische Anatomie der Nebenniere. Von Ventral, Transperitonealis, zugehen und von Dorsal, Retroperitoneoskopisch. Wobei man das auf offenem Wege natürlich auch machen kann, aber heutzutage ist eher natürlich das Retroperitoneoskopische Vorgehen dort wichtig. Und Sie lernen etwas über die chirurgischen Aspekte der Nebennierenchirurgie. Adrenalektomie, also Entfernung der Nebenniere, versus Organsparendes Vorgehen, Inukleation, versus Radikaloperation beim Adrenokortikalen Karzinom. Sie lernen etwas über die minimalinvasive versus offene Operation und Sie lernen etwas über das Transperitoneale versus Retroperitoneoskopische Vorgehen bei der Operation. Ja und Sie haben natürlich gesehen, dass dieser eben verlesene Themenkatalog für diesen Appetizer noch nicht ausreicht, um die Nebenniere vollständig abzubilden. Sie wollen ja auch noch etwas erfahren über die einzelnen Nebennierentumoren und das kommt dann im Appetizer Nebenniere Teil 2, die Nebennierentumoren, im Detail dran. Leitlinie Es gibt eine S2K-Leitlinie zur operativen Therapie der Nebennierentumoren. Die ist verfasst von der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Endokrinologie, eine Arbeitsgemeinschaft in der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Also das ist ja für die Deutschen Viszeralchirurgen der Dachverband und eine große Untereinheit in der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Sie wissen ja, das geht alles mehr in die Superspezialisierung und DGAV ist für die Viszeralchirurgen der wichtige Dachverband. Und Leitlinien werden natürlich immer in Zusammenarbeit mit anderen Fachgesellschaften erstellt und die sehen Sie hier aufgelistet, die an dieser Leitlinienerstellung beteiligt waren. Auch immer dabei, Patientenselbsthilfegruppen. Hier die Patientenselbsthilfegruppe Netzwerk für Hypophysen und Nebennierenerkrankungen. Sie wissen ja, dass Hypophyse und Nebenniere miteinander verbunden sind über die Hormonachse. S2K-Leitlinie. Auch das möchte ich Ihnen kurz hier nahe bringen. Die Stufenklassifikation der Leitlinien nach der Systematik ihrer Erstellung. Es gibt S3-Leitlinien, das ist die höchste Form der Leitlinie. Dann gibt es die S2E-Leitlinien, die S2K-Leitlinien und die S1-Leitlinien. Heute werden am meisten S2K-Leitlinien erstellt. Handlungsbasierte Leitlinien sind die S1-Leitlinien. Die S2K-Leitlinien, das K steht für Konsensbasierte Leitlinie. E, S2E, steht für Evidenzbasierte Leitlinie. Und S3 vereint die Prinzipien von S2K und S2E. Das sind Evidenz- und Konsensbasierte Leitlinien. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Bei der S1-Leitlinie ist der Konsens ein informelles Verfahren. Also da setzen sich ein paar Leute zusammen und die überlegen, was nach aktueller Evidenz. Die wird natürlich schon zugrunde gelegt, aber eben nicht systematisch. Und informell findet man dann einen Konsens. S2K-Leitlinie, das erfordert ein repräsentatives Gremium. Also da müssen die entscheidenden Fachgesellschaften und Patientenvertreter mit dabei sein. Und es erfolgt eine strukturierte Konsensfindung mit Abstimmung von Konsensusstatements. Bei der S2E-Leitlinie muss eine Evidenzbasierte Recherche zugrunde gelegt werden. Und es muss die Auswahl und Bewertung der Literatur evidenzbasiert erfolgen. Und die S3-Leitlinie vereint dann S2E und S2K-Leitlinie. Also da sind die Kriterien von beiden Leitlinien zu erfüllen. Und das ist natürlich dann wesentlich aufwendiger, weil das eine vollständige Literaturrecherche erfordert. Also da hat das Anspruch auf Vollständigkeit. So, S2K-Leitlinie, das ist das, was am häufigsten heute gemacht wird. So, jetzt zum Problem der Nebenniere. Was ist das Problem bei der Nebenniere? Erstens ist es morphologisch sehr anspruchsvoll, dieses Organ, durch die retroperitoneale Lage. Zweitens ist es funktionell anspruchsvoll, durch die endokrinologische Diagnostik. Weil ja diese Tumoren nicht nur Tumoren sind, sondern auch hormonaktiv. Und das ist eigentlich das Hauptproblem bei diesen Tumoren. Und dann braucht man eine umfassende Diagnostik, Serumspiegelbestimmung, Metabolite im Harn bestimmen und funktionelle Tests. Aber es ist eine rein resizierende Chirurgie, keine Rekonstruktion erforderlich, im Gegensatz zur Operation am Gastrointestinaltrakt. Also wir haben hier die morphologisch anspruchsvolle Lage und den funktionellen Anspruch, Metabolite und so weiter, Hormonachse. Machen Sie sich das zu eigen. Tipp, fragen Sie sich immer, was genau ist das Problem? Das haben wir schon bei der Schilddrüsenchirurgie gemacht. Was ist da das Problem? Rekorrenz. Hier ist eben das Problem anspruchsvolle Lage und anspruchsvolle funktionelle Diagnostik. Nähern wir uns der Problematik jetzt zunächst mal von der chirurgischen Anatomie aus. Ich habe chirurgisch in Klammern gesetzt, weil eigentlich gucken wir uns zunächst mal die Anatomie an und dann gucken wir uns den Ausschnitt an, den wir chirurgisch sehen. Nebennieren, Englisch, Adrenals, auch interessant zu wissen. So, los geht's. Irgendwo retroprätonial liegen da die Nebennieren. Kleine, dreieckige, unscheinbare, ziemlich kleine, wenn sie nicht vergrößert sind, Organe oberhalb von den Nieren. Und dann haben wir da die Aorta mit den Nierenarterien. Da sitzen dann die Nieren dran und am Oberpol der Nieren sitzen jeweils die Nebennieren. Als nächstes haben wir hier die Vena cava. Die ist tendenziell etwas vor der Aorta, deshalb verlaufen auch die Nierenvenen vor den Nierenarterien. Warum betone ich das so? Weil das wichtig ist, an die Nebennieren können wir von vorne rangehen, transperitoneal und von hinten, retroperitoneal oder retroperitoneoskopisch. Und entsprechend finden wir dann die Nierenarterie, wenn wir von hinten gucken, vor der Vene, vor der Nierenvene. Und wenn wir von vorne gucken, haben wir die Nierenvene vorne. Das ist ganz wichtig. Und dann als nächste wichtige Struktur die Nebennierenvenen. Also die Venen, in denen die Nebenniere ihr Blut und die Hormone trainiert. Auf der rechten Seite mündet die Nebennierenvene in die Vena cava. Weil die Nebenniere dort in diesem Zwickel zwischen Nierenoberpol und Vena cava liegt, ist das der kürzeste Weg. Und deshalb ist die Nebennierenvene dort angeschlossen an die Vena cava. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite, haben wir eine ganz lange Nierenvene. Und deshalb ist dort der kürzeste Weg für die Drainage der Nebennierenvene die Nierenvene. Also mündet die Nebennierenvene dort in die Nierenvene ein. Warum sind die Nebennierenvenen so wichtig? Weil die am meisten bluten können, wenn man die Nebennieren jetzt entfernt. Und deshalb ist die Nebennierenvene immer die Leitstruktur bei jeder Nebennierenoperation. Da versucht man immer die Nebennierenvene als erstes zu finden und zu unterbinden und dann ist man safe. Also dann hat man im Prinzip meistens gewonnen. Dann kann nicht mehr viel passieren, wenn man das erstmal versorgt hat. Denn der Blutstrom hier in diesen kavanahen Venen ist natürlich hoch. Und da kann es natürlich ordentlich Blut rausdrücken. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass man das da als erstes, diese Struktur, versorgt. Und was ist mit den Nierenarterien? Sie erinnern sich an die Anatomie. Das wurde da immer so dargestellt. Da gibt es drei Nierenarterien und die kommen aus unterschiedlichen Gefäßen von oben, von unten und so weiter. Ist für die Chirurgie gar nicht so wichtig, weil man die in der Regel sehr gut unter Kontrolle hat. Die bluten auch nicht so, weil die sehr gut zu versorgen sind mit den heutigen Blutstillungsmaßnahmen. Also entscheidend ist die Nierenvene. Und mit den Nebennierenarterien haben sie gar nicht so viel zu tun in der Nebennierenchirurgie. So, jetzt brauchen wir noch die Harnleiter. Und die Harnleiter und das Nierenbeckensystem ist immer hinter den Gefäßen. Das ist auch wieder wichtig, je nachdem, ob wir von vorne gucken oder von hinten gucken. Also ob wir transperitoneal zugehen oder retropéritoneoskopisch, haben wir dann das Nierenbecken-Kelchsystem entweder hinten, wie jetzt hier von vorne guckend, oder vorne, wenn wir von hinten gucken. In den nächsten anatomischen Strukturen habe ich jetzt hier den Hiatus Aorticus, den Durchtritt der Aorta durch das Zwerchfell eingezeichnet. Und darüber auch noch den Hiatus Oesophageus. Sie verzeihen mir, dass die Anatomie hier ein ganz bisschen verschoben ist. Also die Nebennieren liegt eigentlich ein bisschen höher und schon mehr Richtung Hiatus Oesophageus hin. Das hat sich jetzt hier nicht so ganz korrekt zeichnen lassen, aber Sie sehen mir das sicherlich nach. So, jetzt kommt noch die Leber dazu und die Milz, den Trunkus Zyliacus mit seinen drei Abgängen, Arteria gastrica sinistra und Arteria hepatica und die Arteria lianalis sind hier eingezeichnet. Und das Pankreas. Und jetzt kommt der Peritonealüberzug drüber. Das ist ja alles Retroperitoneal, außer Leber und Milz. Die befinden sich ja jetzt schon intraperitoneal. Kommt jetzt der Magen und das Duodenum da drüber. Und dann das Kolon Ascendens mit Kolontransversum, was an der großen Kurvatur des Magens langläuft und dann zum Kolondescendens wird. Und dann noch das Omentumaius, was ja an der großen Kurvatur des Magens anhängig ist und dann eigentlich zum Magen gehört und dann aber angeheftet ist am Kolontransversum und da so drüber hängt. Das ist besonders wichtig für die Magenkarzinomchirurgie, wo wir immer die Omentectomie und Bursektomie mitmachen, wie Sie es ja im Chirurgie-Appetizer zum Magenkarzinom sehen können. So und wenn wir jetzt an die rechte Nebenniere zum Beispiel dran müssen, dann wird gleich klar, dass wir hier die rechte Kolonflexur mobilisieren müssen und ein extensives Kochermanöver machen müssen, damit diese Region da frei wird. Denn das alles darunter ist unter dem, die Nebenniere ist unter diesen Strukturen dort oben versteckt. So das war es mit der Anatomie von Ventral und jetzt kommt für den Chirurgen ungewöhnlich die Anatomie von Dorsal für das Retroperitoneoskopische Vorgehen. Und das Schöne ist, dass es nur eine Folie, nämlich diese und das ist diese hier, Anatomie von hinten gesehen und das Schöne ist, erstens mal viel weniger im Weg, allerdings alles andersrum und das Schöne ist, links ist links und rechts ist rechts. Für die morphologische Evaluation brauchen wir natürlich eine Schnittbildgebung und dafür ist die Computertomographie das Standardverfahren. Und jetzt gucken wir uns mal ein CT von einem Patienten mit einem Nebennieren-Tumor an. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal das CT an. Von oben schauen, man guckt ja immer von unten auf den Patienten und wir gehen von oben nach unten die Schichten durch. Mal gucken, ob uns was auffällt. So, naja, so einfach war es nicht. Dann habe ich Ihnen jetzt mal ein paar Markierungen eingebaut. Niere rechts, Niere links, Aorta, Vena cava inferior, Gallenblase, Leber, Duodenum mit einem Flüssigkeitsspiegel, Pankreas. Was ist das hier, die beiden Strukturen? Das können Sie mir ja mal in die Kommentare reinschreiben. Was für Vene und Arterien da denn jetzt am Pankreiskopf zu finden sind. Jetzt gucken wir noch mal von oben kommend durch. Wir sehen hier die Nebenniere links. Und wir sehen schon, dass die Nebenniere links irgendwie etwas verplumpft aussieht. Da ist die Milz nochmal zur Orientierung. Pankreas. Da ist die Nebenniere rechts. Wir erinnern uns, die Nebenniere rechts ist etwas weiter unten. Die Nebenniere links etwas weiter oben. Das ist auch hier in der Realität im CT-Schnitt so. Und jetzt sehen wir hier die Nebenniere links. Und wir sehen auch das Nebennierenadenom, was sich etwas anders darstellt. Etwas hypodenser. Im CT sprechen wir immer von Densitäten. Im MRT von Intensitäten. CT hingegen Densitäten. Da ist ja die Dichte. Hornsfield-Einheiten. Das Kriterium. Da ist Aorta nochmal zur Orientierung. Also wie wir eben in dem anatomischen Bild gesehen haben. Links neben der Aorta die linke Nebenniere. Da die Vena cava inferior. Leber, Pankreas. Linke Nebenniere mit dem von Ihnen jetzt auch schon gut zu erkennenden Nebennierenadenom. Milz. Ja, ein paar Folien kommen noch. Und Sie sehen hier immer schön das Nebennierenadenom. Das war übrigens ein hormonaktiver Tumor. Ein Cushing-Adenom. So, und da ist jetzt dann zu Ende. So, und von der frontalen Schicht zeige ich Ihnen jetzt nur noch ein Bild. Da sehen Sie hier das Nebennierenadenom. Und da sehen Sie auch, dass das doch durchaus ein Stück höher ist, als ich Ihnen eben gezeigt habe in der Schemazeichnung. Also das kann sehr weit nach oben Richtung Zwerchfell und bis hinter den Magen und neben die Milz entwickelt sein. So ein Nebennierenadenom. Das sind die Hormonaktiven Nebennierenadenom, Cushing-Adenom in diesem Fall. So, kommen wir jetzt zur operativen Therapie. Kurzer Durchgang durch die Operationsindikationen, obwohl dazu ja noch ein eigenes Video kommt. Das sind Cushing-Adenom, Konadenom, Felchromozytom, Inzidentalom, Adrenokortikales Karzinom. Sehr selten die Nebennierenrindenhyperplasie. Das alles sind die hormonaktiven Nebennierentumoren. Das sind die hormoninaktiven Nebennierentumoren. Also auch das Adrenokortikale Karzinom ist meistens hormoninaktiv. Und beim Inzidentalom ist das ja ein Kriterium dafür, dass man so einen Tumor als Inzidentalom überhaupt anspricht. Nebennierenrindenhyperplasie ist natürlich selten eine Indikation für eine Operation. Beim Cushing-Adenom in der Regel minimalinvasive Adrenalektomie. Beim Konadenom kommt am ehesten Mal eine Enukleation in Betracht, wenn der Tumor gut abgrenzbar ist. Und wenn einiges von der Nebennierenrinde übrig bleibt als funktionelles Korrelat, dann kann man auch Enukleation, also eine parenchymsparende Tumorentfernung machen. Felchromozytom, Adrenalektomie und diese Tumoren kann man bis zu einer Größe von 6 cm minimalinvasiv operieren. Inzidentalom, Adrenalektomie, auch da hängt es von der Größe ab. Bei größeren Tumoren über 6 cm sollte man wegen des möglichen Karzinoms offen operieren. Adrenokortikales Karzinom ist natürlich offene Adrenalektomie mit auch Lymphadenektomie. Dazu gibt es eine Datenlage, dass Lymphknotenentfernung etwas bringt. Und bei der Nebennierenrindenhyperplasie durch ein Hypophysenadenom beim Morbus Cushing kann gegebenenfalls, wenn das durch die Hypophysektomie nicht zu behandeln ist, mit einer bilateralen Adrenalektomie behandelt werden müssen. Historische Entwicklung der Nebennierenchirurgie. 1889 die erste transabdominelle Adrenalektomie, damit fing alles an. 1927, 28 die erste erfolgreiche operative Entfernung eines Felchromozytoms. Das ist natürlich besonders physiologisch anspruchsvoll, wegen der Katecholaminbildung und der hypertensiven Krisen, die dadurch kommen können. Also Anspruch an die Narkose vor allen Dingen. Der dorsale extraperitoneale Zugang wurde schon 1936 beschrieben. 1992 die erste laparoskopische transperitoneale Adrenalektomie. Und 1993 und 1995 dann der Beginn der retroperitoneoskopischen Adrenalektomien. Das ist Professor Martin Walz, Professor für Chirurgie in Essen. Und der gilt im deutschsprachigen Raum, aber auch weltweit als einer der Pioniere der retroperitoneoskopischen Adrenalektomie. Hat immer sehr schöne Vorträge, wenn Sie da mal eine Gelegenheit haben, den bei einem Vortrag zu sehen oder sich die Nebennierenchirurgie in Essen anzusehen. Da sind Sie fast alle hingefahren, um die retroperitoneoskopische Adrenalektomie zu erlernen. Die operative Therapie und die Zugangswege, Zugangsroute. Die konventionelle offene Adrenalektomie und die minimalinvasive Adrenalektomie unterscheiden wir bei der operativen Therapie. Wie gerade eben bei der historischen Entwicklung schon gezeigt. Und beim offenen Vorgehen gibt es wiederum verschiedene Zugangswege. Transabdominell, Thoracoabdominell, wo so eine Inzision, die interkastal beginnt und dann auch durchs Zwerchfell durchgeht bis in den Bauchraum. Solche Zugänge braucht man vor allen Dingen dann, wenn Tumoren, Adrenokartikale Karzinome, mit einem Tumor zapfen bis in die Kava und bis zum Herzen heraufreichen. Da braucht man dann die Hilfe der Herzchirurgen, weil man sowas dann meistens nur mit Einsatz der Herz-Lungen-Maschine operieren kann. Dann gibt es die dorsalen retroperitonealen Zugänge auch in der offenen Chirurgie. Das war ja schon vorher, bevor das retroperitoneoskopisch begonnen wurde, als offene Operation beschrieben. Bei der minimalinvasiven Adrenalektomie konkurrieren so ein bisschen diese beiden Verfahren. Es gibt Protagonisten des einen und des anderen Verfahrens. Der bereits erwähnte Professor Walz ist ein klarer Protagonist des Zugangs von hinten und der sieht da klare Vorteile. So ganz ist es in der Datenlage nicht herausgekommen bis jetzt. Also das ist alles von Ventral und das ist von Dorsal. Jetzt dann mal hier in einer Zeichnung konventionelle, offene, transperitoneale Adrenalektomie rechts. Sie sehen jetzt also hier die Leber, Niere, das Kolon, die Vena Kava. Sie sehen von hinten auf den Pankreaskopf bei bereits durchgeführtem extensiven Kochermanöver. Kochermanöver, das kennen Sie ja aus der Pankreaschirurgie, vielleicht haben Sie sich den Appetizer schon angesehen. Und aus der Chirurgie des Magenkarzenims, auch da kochern wir ja. Das bedeutet immer Mobilisation des Duodenum von Lateral und Freilegung der dahinterliegenden Leitstruktur Vena Kava Inferior. Da ist ja die Nebenniere mit dem da auch andeutungsweise leicht rötlich schimmernd zu erkennenden Nebennierenadenom. So, da ist die Nebennierenvene. Da wissen Sie ja schon, dass das die wichtigste vaskuläre Leitstruktur ist. Ja, der Eingriff beginnt immer mit der Mobilisation der rechten Flexur, weil normalerweise ist die nicht so weit unten und die Niere liegt noch nicht frei. Sie wissen ja, wenn man die rechte Flexur mobilisiert, kommt man dann auf die Gerotagefaszie und dahinter ist dann die Niere. Dann wird das extensive Kochermanöver durchgeführt. Die gestrichelte Linie, da wäre normalerweise das Duodenum und wenn man das dann mobilisiert, dann kommt man auf die Kava und wenn man es ganz extensiv macht, kommt dann sogar der Nierenstiel zur Ansicht. Und den Nierenstiel, den wollen wir ja da sehen. Dann setzen wir die Nebennierenvene ab. Da muss man sehr sorgfältig vorgehen. Das muss sehr gut verschlossen sein. Das muss halten, denn aus einer Vena Kava kann es natürlich sehr stark bluten. Dann erfolgt die Resektion der Nebenniere im Sinne der Adrenalektomie. Und wenn es jetzt eine Tumoroperation ist, dann kann es auch sein, dass man da bis hin zur Mitresektion von anderen Organen, Leber, Niere, Nephrektomie und Entfernung von Tumorzapfen bis hin zur Einsatz der Herz-Lungen-Maschine, Entfernung eines Tumorzapfens, der bis in den rechten Vorhof reichen kann. Dann kommt die transperitoneale Adrenalektomie links an und da möchte ich jetzt das vorhergezeigte Schema bemühen. Also da wird die linke Flexur mobilisiert und das Momentum abgetragen vom Magen. Der Magen wird nach oben geklappt und dann kommt das Pankreas zur Ansicht. Und das Pankreas wird so etwas hoch gehalten. Das ist jetzt hier ein bisschen schematisch natürlich. Aber dann kommen wir auf den linken Nierenstiel. Und aus dem linken Nierenstiel, aus der Nierenvene geht ja die Nebennierenvene ab bzw. die mündet da hinein. Und dann haben wir unsere linke Nebenniere mit dem Tumor. Es ist natürlich so, dass wenn da ein Tumor drin ist, dass die Anatomie ganz stark verdrängt ist. Und dann kann man sich am Tumor auch orientieren, am Adenom. Und das hilft dann schon oft auch. Diese veränderte Anatomie hilft dann schon oft auch bei der Resektion. Hier ist nochmal eine andere Zeichnung, die das darstellen soll. Hier Kolon, Aumentum, Niere links, Milz, Magen, Duodenum, Pankreas, ein bisschen hoch gehalten. Da ist die Nierenvene, linke Nierenstiel. Und da ist es der Nebennieren-Tumor im Nebennieren-Adenom. Und auch die Nebennierenvene, die einmündet in die Nierenvene, ist klar zu erkennen. Minimalinvasive Adrenalektomie. Hatte ich schon gesagt, laparoskopisch-transperitoneal versus retroperitoneoskopisch. Ist noch nicht so ganz zu Ende diskutierend. Wahrscheinlich gleichwertig. Bisschen eleganter ist es retroperitoneoskopisch, weil man da weniger Begleitstrukturen im Weg hat. Das zeige ich hier nochmal. Also das ist jetzt die chirurgische Anatomie rechts und links. Und hier ist dann auch wie im Bild ausnahmsweise mal rechts und links, weil der Patient ja in der richtigen Position ist. Es wird operiert beim Patienten in Bauchlage. Und dann muss man dort unter den Rippen diese Druckhaare einbringen. Oft wird da so ein Ballon verwendet, um dort erstmal Platz zu schaffen. Und die Gaswirkung. Also wir müssen ja immer ein Pneumoperitoneum machen und hier praktisch ein Pneumoretroperitoneum. Und das wirkt sich dort natürlich ganz anders aus, weil dort weniger Druck ist. Und dann hat man da das Problem, dass man Blutungen gar nicht erkennt. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man dann den Druck ablässt, dann kann es plötzlich anfangen zu bluten. Und deshalb hat die Gasinsufflation eine besondere Bedeutung. So, hier links im Bild ist nochmal gezeigt. Die chirurgische Anatomie, also das wir wirklich chirurgisch sehen. Wir sehen den Nierenoberpol, die Nebenniere, die Nebennierenvene. Und das ist die wichtigste Struktur. Und die Arterien haben gar nicht so eine große Bedeutung, weil die mit den modernen Dissektionsapparaten sehr gut zu koagulieren sind. Ein paar Aussagen aus der Leitlinie zur leitliniengerechten OP-Verfahrenswahl. Da steht zum Beispiel drin Leitlinienstatement zur laparoskopisch-transperitonealen versus retropereotoneoskopischen Operation, dass die beiden gleichwertig sind und die Wahl des Zugangsweges abhängig von der Erfahrung und der Präferenz des Operateurs getroffen werden soll. Die Frage Adrenalektomie versus Enukleation. Da ist die Adrenalektomie der Standard. Die Nieren-erhaltende Resektion, Nebennieren-erhaltende Resektion soll dann erfolgen, wenn der hormonaktive primäre Tumor dabei vollständig entfernt werden kann. Also wenn das funktionell sinnvoll ist, ein Stück Nebenniere zu erhalten, dann macht man das, wenn man den Tumor auch so vollständig entfernen kann. Und zum Inzidentalum die Statements 6 cm offene Operation wegen des Malignitätsrisikos, 4 bis 6 cm Individualentscheidung, gegebenenfalls zusätzliche Bildgebung MRT und kleiner 4 cm Beobachtung, Kontroll-CT nach 6 Monaten und dann gegebenenfalls bei Größenprogredienz Operation. Ja, das war es dazu. Sie kennen jetzt die chirurgische Anatomie der Nebenniere von Ventral und von Dorsal und Sie kennen die chirurgischen Aspekte der Nebennierenchirurgie, Adrenalektomie, Enukleation, Radikaloperation. Sie kennen den Unterschied zwischen minimalinvasiver und offener Adrenalektomie und Sie kennen die transperitonealen und retroperitoneoskopischen Operationszugänge. Ja, das war der 55. Chirurgie-Appetizer. Die Serie wächst. Ein Video nach dem Jubiläumsvideo. Einjähriges Jubiläum hatten wir ja gerade. Und der Kanal wächst auch hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Zeit. 23 Stunden und 28 Minuten, 47 Sekunden sind es jetzt. 125.971 Aufrufe mit heute, 6.024 Likes und der Kanal hat 3.187 Abonnenten. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken, abonnieren und nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion. Und das ist dann das nächste Video. Nebenniere 2, da geht es nochmal um die Nebennieren-Tumoren, denn auch der Chirurg weiß ein bisschen was über die Diagnostik und die Hormone. Chirurgie findet im Kopf statt. Vielen Dank.